Heute ist Tag 9, meinst du Wunderfreundlichen Reisefreundetagesfreundetagestagebuches. Heute haben wir den Tag gestartet, in dem wir das Shuttle ausprobiert haben, was eher mäßig gelaufen ist. Stoppo läuft, schauen wir mal, wenn der Shuttle kommt, dann kommt es um 7% ab. Das ist aber toll, wenn wir irgendwo mal zum Freude fahren müssen. Danach sind wir eine schöne Session unterm Zelt gefahren, draußen vor dem Sanford Center. Untertitelung des ZDF, 2020 Danach haben wir sehr viele Einräder ausprobiert und haben probiert, die gut zu fahren. Das ist jetzt was für ein Rad? Ja, das Rad ist wohl das älteste BC-Rad, was so in der Form existiert, von 1981. Ja, die habe ich schon. Danach sind wir zum schönen See gegangen und haben uns davor noch eine Pizza gegönnt und haben die dort dann verputzt. Danach sind wir zum Sumoring auf dem Einrad gegangen im Sanford Center. Das hat ganz gut Spaß gemacht. Das war sehr gut. Und zum Abschluss des Abends haben wir die Videos angeguckt. Ich bin nicht nur sehr glücklich mit diesem ZDF, aber ich bin sehr stolz. Das war's für heute, mein wunderschönes Freund, das Reisetagebuch ist. Das war's für heute, mein wunderschönes Freund. Das war's für heute, mein wunderschönes Freund. Untertitelung des ZDF für funk, 2017